Hey Leute, willkommen zurück zu Adam Wolf Episode 3. Dame und Maler. Bin gespannt was uns hier erwartet. Vielleicht endlich mal ein bisschen Aufklärung mit seiner Schwester, was da geschehen ist. Wow, weißt, wie immer auf einer Brücke? Was zur... Okay, wenn es wenigstens nur Albträume wären, aber das sind sehr seltsame Träume wahrscheinlich. 18 Stunden zuvor. Ja, guck mal da, des. Sie, uh, they're always listening. Come closer. The symbols on my hand represent endlessness. Listen. The symbol comes from an ancient and secretive Cabal. But my watch is brand new. How is this even remotely connected? I don't know, but not even demons and spirits are safe from. I don't know how it looks like it, but I don't understand how it looks like it. How it looks like it, I don't understand how it looks like it. What? Oh, demons. And the door. There is a painter. Used to be a big shot artist. His home is the only other place where I've seen this symbol recently. Here, this is a recent photo of his house. I must warn you though. You may witness some strange stuff. These endless had something to do with my sister's disappearance. For now, that artist was my only lead. It was time to pay my visit. Na klar machen wir das. Ich mein, jetzt kneifen ist doch nicht drin. We still need to talk about your involvement with the cult. I'm not really sure I want to right now or that you'll be able to later. Oh, weißt was was? Sorry, ich hab's leider ein bisschen. Ich weiß nicht, also des. Komischer Typ. Ich glaub, irgendwie trau ich ihm nicht so ganz. Vor allem sagte dieser Wächter, der Letzte seiner Arzt, seiner Truppe da, dass das gar nicht gut wäre. Und irgendwie glaub ich ihm ein bisschen. Aber mal sehen. Äh, befrage den Maler zum Symbol. Geh zum Haus von Ross Robertson, einem einst berühmten Maler und befrage ihn zum seltsamen Symbol auf Adams Uhr. Aber, ja, wir haben mal den Schlüssel mit, ne? Wie soll das mein Motorrad Schlüssel ist das? Nehme ich jetzt einfach mal an. Kann ich noch was machen? Das rückt nicht damit raus, was er wirklich weiß. Wenn ich ihn bestrafe, wird das aber auch nichts bringen. Bitte was, wenn ich ihn bestrafe? Was ist die bestrafen? Na gut. Oh. War noch abgeschlossen. Die Straße, der gemalt in Damen. Ja, von Helmen hält er wohl auch nicht so viel, Adam. Ne. Ist auch viel cooler ohne, ne? Gefährlich, aber cool. His house was in a quiet neighborhood. Na gut, so ein Eckhaus ist nie leise. Zuerst soll ich das Haus mit dem Foto, was? Und der ist, ah. Der sagt mir, dass dies ein aktuelles Foto des Hauses sei. Ich frage mich, warum es so schnell heruntergekommen ist. Okay. Ah, ich muss einfach mal die Mängel finden, beziehungsweise die Unterschiede. Ah, okay, das ist die Flasche, die zählt wohl nicht. Weißt du was? Diverse Unterschiede, sagt er. Dez hat mir gesagt, dass dies ein recentes Foto des Hauses ist. Ich wundere, warum es so schnell so schnell wurde. So, nix. Was macht der Typ so viele Fotos? Sag mal. Oh, nix. Hey Mann, was ist mit den Fotos? Was ist das für dich? Ich kann Fotos, was ich will. Ich mag den Blick der alten Gebäude. Es ist ein freer Land, das letzte Mal habe ich checkt. Ja, ja. Du bist doch nicht einer von den Kulttypen, so wie Frau, die uns da packen wollen, denn er wüsste. Wenn ich da wohnen würde, wäre das genau richtig, wahrscheinlich. Wow, das hat mir fast gefangen. Jetzt will ich wirklich wissen, was da drin ist. Was zur Hölle geht hier vor sich? Wow. Ist das Poltergeister? Die lassen alles fliegen. Das Schild auf dem Kanzel hatte das Symbol auf meiner Beine, als ob die fliegenden Objekte nicht genug waren. Zeit für ein paar Antworten. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn du einen Kanzel verletzt hast, bist du zu sehen, dann kommst du zu den richtigen Ort. Levitating Objekte? Es ist either Telekinesis, Mental Manipulation, oder du hast eine Restless Spirit in der Haus. Restless, departed Wife, Lisa. Meine Liebe, meine Leben. Ich weiß nicht warum sie zurückgekommen, aber es ist sicherlich sie. Ich kann dir helfen, Herr Robertson. Aber ich muss dich erzählen, was du wissen möchtest, über das Symbol, das du schildst. Warte mal. Ich erinnere dich. Du bist das Adam Wolf-Fellow. Das Supernatural-Detektiv. Du hast dir einen Deal, son. Betonung auf Super, danke. Just tell me why my wife is haunting this place, and I'll tell you everything I know about that blasted symbol. This was a typical ghost manifestation. The go-to procedure was to take a few photos for spectral analysis. Okay, warum auch nicht, ne? Mehr vor, das machen, um sicher zu gehen. Guck mal da. Ein Bild noch. Hä? Was ist das denn? Okay, jetzt muss ich die Dinger sammeln. Das sind mehrere Seiten. Na gut, fangen wir mal hier an am besten. Dann haben wir das hier. Das hier. Haben wir noch was? Jetzt gerade nicht. Das ist der. Ähm. Aber das waren sie doch. Wenn man da kommt noch, ja, da kommt noch mehr. Nee, doch nicht. Okay. Sieht ja wie der Teil eines Frauengesichts aus. Oder sieht wie ein Teil eines Frauengesichts aus. Sollte ich untersuchen. Ein Heuler übrigens hier. Ein Geisterwesen, das einen tragischen Tod gestorben ist. Es erfolgt seine Liebsten, die mit seinem Tod zu tun hatten. Okay. Es manifestiert sich durch seltsame Lichter und lässt Objekte in seiner Umgebung fliegen. Außerdem lässt es in seinem Umfeld alles verwelken und sterben. Oh, das ist doof. Das ist natürlich doof. Wie Pflanzen jetzt. Also für die Menschen ist es wahrscheinlich nur laut. Das muss der Spektralrückstand sein, der von Lisa ausstrahlt. Wie es aussieht, ist sie als Heuler zurückgekommen. Das ist doch so schnell, der Text. Was denn das? Ja, Beschwörung. Um Kontakt zum Heuler aufzunehmen, muss die Person, die ihn am meisten liebte, das Objekt zu stören, das er am meisten schätzte. Oh, das wird ein bisschen schwierig. You were right, Mr. Robertson. Your wife has indeed returned as a banshee. A restless spirit. Do you know how she died? Was it a violent death? She was murdered, Mr. Wolf. The police claim it was suicide, but I know my Lisa better than that. We'll find out how she really died and why she's returned. But I need something for her she was really fond of to contact her spirit. That's easy. It was the brush I gave her for our anniversary. Her most favorite thing in the world. That's how I first saw her spirit came back. The brush started flying around and then shot straight through the window. It's probably still outside. I couldn't get myself to go look for it. I was getting close. That brush would let me contact Ross's wife Lisa. Then I could get some answers about that symbol and its connection to my sister. Wow, hey. What the hell, bro? Ich kenne gleich, bro, wenn du vor der Tür stehst und offensichtlich irgendwas hier im Schilde führst. If you hadn't had your head stuck to the door, this wouldn't have happened. How's that eavesdropping working out for you? Hey, man, you've got the wrong idea. I'm out of here. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der groß noch Äußerlichkeiten bevult halt, aber... So ein Typ mit so einer Kamera und dann einen Irokesenschnitt, ich weiß nicht. Wirkt ein bisschen auffällig, meinst du nicht? So, ich kann es ja rekonstruieren von der Zeit. Warte mal. Das nicht. Der Abfluss. Die Goli, okay. Der verstehe ich jetzt aber nicht. Nach den Hydranten. Ja, gut. Ist das halt mit involviert gewesen bei der Sache? Spur des Pinsels. Äh, der Pinsel ist das... Achso, stimmt, ja gut. Der ist ja... Ist aus dem Fenster geflogen, hat die Statue getroffen, dann in die Hydranten und schließlich in ein Gitter gefallen. Ist schließlich in ein Gitter gefallen. Gut zu wissen. Wo ich bestimmt nicht ran, ne? Mit großen Händen habe ich da nicht hin. Jetzt... Mit dem Schloss geht es doch natürlich. Sehr gut. Der Pinsel. Wenn Rossin so bricht, können wir Kontakt zu Lisa aufnehmen. Hier ist Lisa's Brush, Mr. Robertson. This may be hard for you, but you have to break it. Break it? Why on earth would I do that? My poor Lisa adored this brush. To contact her. It's the only way. The breaking of an object she cherished the most by the person she loved the most will pull her spirit into our reality. You'll be able to get your answers then, Ross. I guess you know these things better than I do, Mr. Wolf. I will do as you ask for Lisa. Ah, klappt das? Anscheinend. Hm. Da ist es. Der Heuler. Lisa versucht, uns zu kommunizieren. Über die drei Bilder hier. Oh, eine Perlenkette. Lisas Pernos Gemälde zu vollenden, brauchen wir. Hm. Hm. Die Tasche. Das ist die Tasche eines Touristen. Offensichtlich hat er herumspioniert. Aber die ganzen Objektive hier. Meine Güte. Äh? Wollt ich doch gar nicht. Das ist die ganzen Objektive sind ein Schweinegeld wert. Blitzlichtfotografie. Aha. Die Zeit des Nights ist kurz. Kann man dieses Rennen nur... Was? Man kann dieses Rennen nur verlieren. Unser Verlust ist so klein und deiner unermesslich. Ist das jetzt zu stehen? Das ist auf jeden Fall eine Anspielung, hm? Milded Games. Eine Uhrenladenkarte. Schade, ich kann es mir nicht mal angucken. Was? Straße der gemalten Damen. Das ist Geld. Nee, Passwortnotiz. Boah. Oh, das sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Das ist die verstaubene Frau des Malers. Oder es muss sie sein. Äh. Macht das nicht immer so schnell, bitte. Ihr müsst irgendwas machen. 93. Markierten Zahlen müssen etwas bedeuten. Aber ich habe leider nur einen Teil der Nachricht. Ich schreibe mir das mal auf. 93. Da. Da haben wir auch die Perlen. Könnte ich da vielleicht noch rüber gehen? Auf den Balkon? Oder? Ich kann nur hochzuheben. Das ist echt doof. Hm. Wenn er zusieht, kann ich auch nicht unbedingt jetzt Sachen machen, die er wahrscheinlich nicht haben möchte. Warte mal, das sind vier Stellen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Was? Ich habe nicht genug Zeit, die Kombination zu erraten. Sehr gut. Äh. Müssen sie also wissen, ja? Oh. Doch. Geht noch was? Ja, höchstwahrscheinlich. Natürlich ist noch was draußen. Äh. Vielleicht in seinem Moped. Noch der Wasserspeier hier. Aber warte mal, da steht noch eins, 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 äh, eins, zwei, drei. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Okay. Höchstwahrscheinlich. Aber auch immer. Weiß ich das machen, wenn er sie nicht annehmen möchte. Eigentlich war es gar nicht so schwer, weil wir es schon im hinteren Teil haben und das wäre jetzt eigentlich nur noch. Man steht ja auch auf der Karte drauf. Da sieht man es ja ganz gut. zurück zur bar vielleicht ist da noch was das hat nicht mal ausgetrunken das heißt ich kann ich mal auch noch nicht ganz ungeschäft aber ich kann nicht mal die bar rein in das vitriol natürlich ist kein schild sie haben geschlossen aber man sieht es halt nicht komisch ja ich habe gerade echt überhaupt keine anrufe ich machen soll aber sie sind doch nicht fertig bei der straße und sonst über euch alles gut welchen wochenstart ich bin ein bisschen müde aber sonst alles gut ich weiß dass ich was ich machen soll ich mir jetzt mal tipp geben kommt okay vielleicht so wird sich als zauber spruch ja auch nicht das gibt es doch nicht das heißt ja noch jeder gargol der gargol der gargol da kann ich der band ist nicht lappen ist nicht mal ist nicht gar nichts ist mit dem blöden gargol das ist auch komisch wird dass das ungeschäft noch mal einzeln zählt ach ja ich weiß nicht ich habe keine ahnung ich mache mal pause hier so ich bin gerade echt auf dem schlauch bin ich so richtig wach ach gott schreibt mir in die kommentare was ihr vielleicht gerade probiert hättet was vielleicht hätte funktionieren können dass seine schallplatte auf dem boden legt die ich jetzt gerade erst sehe dich aber nicht nehmen kann gerade schokolade also ich kann hier nicht sehr viel machen wie ihr seht trotzdem wird mich mal interessieren vielleicht wisst ihr wie es weitergeht und helft mir aus danke fürs zusehen danke fürs bewerten und wir sehen uns wieder zu john john wolf macht's gut bis zum nächsten mal tschüss